Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Neuer Fall von Tierquälerei sorgt für Empörung, herzloser Mann schlug seine Hündin, bis sie blutete. Eine Bürgerbeschwerde wegen Tierquälerei und Missbrauch hat diesen Sonntag in Callao für Aufregung gesorgt. Die Bilder sind erschreckend. Empörend. Ein neuer Fall von Tierquälerei hat in Callao für Aufregung gesorgt, heißt es in einer beim Innenministerium eingereichten Beschwerde eines Nachbarn, der gesehen hatte, wie ein herzloses Subjekt seinen Hund wiederholt schlug, bis dieser blutete. Der Aussage des Beschwerdeführers zufolge ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden des Sonntags, dem 3. September, als er durch die Schmerzensschreie des Tieres geweckt wurde, nachdem es von dessen Besitzer geschlagen worden war. Ich habe gesehen, wie ein Mann einen Hund am Hals wirkte, indem er den Kopf des Tieres auf die Treppenkante drückte und gleichzeitig mit einem Schuh hart auf das Tier einschlug, sagte der Beschwerdeführer. Das arme Tier rannte in das Haus des Beschwerdeführers und suchte Zuflucht unter einem Bett. Dort stellten sie fest, dass das Tier durch die Schläge aus dem Maul blutete und geschwollene Augen hatte. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus in der Urbanization San Juan Marcias del Callao. Die Bilder sind erschreckend. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram auf Facebook und Instagram. Wir sehen uns auf Facebook und Instagram. Vielen Dank.